Da kommt Vadim heran in diesem Moment, geht hinein, alle Pferde jetzt in den Boxen. Und der Start erfolgt zum zweiten Rennen an der 2450 Meter Marke. An der Innenseite ist Aladin gleich mit dem flotten Start an der Spitze zu sehen. Führt das Feld zum ersten Mal am Ziel vorbei, From Frost gleich dahinter postiert mit Avantika Direkta auf der dritten Position. Dahinter Badesta, Le Chivotsong sur le premier tournant avec Avantage pour Aladin. Aladin très facilement, Kimen, Deuxième From Frost et Troisième Chevalier, Avantika Direkta. So geht es durch die erste Gegenseite und Aladin wartet auf keinen, führt hier recht recht deutlich das Feld an mit Bertrand Flondron. In etwa fünf Längen vor From Frost, dahinter Avantika Direkta, Vadim dahinter, Badesta folgt dann mit Pitti Gold. Dahinter dann noch eine Lücke zum letzten Pferd, Perdu ist das Schlusslicht. Und so wird der nächste Bogen durchlaufen. Vorne Aladin wird etwas kürzer, da kommt jetzt From Frost etwas näher heran mit Avantika Direkta. Die beiden wollen hier aufschließen, das kann gelingen. Vadim ist dann vierter in den Badesta, auf kurzem Wege gut in der Partie. So geht es hier die gerade herauf vorletztes Pferd, ist Pitti Gold am Schluss, Perdu. Il est toujours Aladin Kimen. Aladin, Avec Avantika Direkta, From Frost à la Corte, Dekatrie, Vadim, Sankiem, Badesta. So geht es in die letzte Runde hinein. Aladin mit dem Vorteil, Aladin From Frost, Avantika Direkta, bleibt dran, Badesta innen. Dahinter Vadim und dann Abstand zu Pitti Gold und am Schluss Perdu. Die letzte Gegenseite kommt Aladin Kimen, Dösiem Avantika Direkta, From Frost à la Corte, Troisiem, Vadesta progresst, Reformentnungs, Ekatrie, Sankiem, Badin. So geht es ausgangs der Gegenseite zu, Vadesta mit dem Vorstoß. Jetzt kommt hier Vadesta, greift an mit Maxime Pescheur, wird jetzt enorm druckvoll und stark. Aladin innen mit Vadesta, From Frost ist dicht auf Dritter. Dahinter Avantika Direkta, der Rest weit zurück, die Spreu hat sich hier vom Weizen getrennt. Aladin vorne mit Vadesta in Position, greift kräftig an. From Frost ist Dritter im Einlauf, Vadesta an der Außenkante, Vadesta mit Aladin innen. From Frost zwischen den Pferden wird enorm druckvoll, greift noch an, Vadesta und jetzt kommt From Frost. Die Farben des Stadresser Brücken sind da, From Frost geht besser und gewinnt mit Alex Peach. Vor Vadesta, Aladin Dritter, dann Avantika Direkta, vor weit zurück Perdue. Und dahinter dann noch weiter zurück sehen wir Vadim und Pitit Gould. Der vorläufige Richterspruch, Saarbrücken-Güdingen, zweites Rennen. Sieger die zwei, From Frost. Zweite, die sieben, Vadesta. Dritter die eins, Aladin. Vorläufig, zwei, sieben, eins. Monsieur, dame, resultat provisoire, deuxième course. Gagnant pour les deux, From Frost. Deuxième, les sept, Vadesta. Et troisième, les un, Aladin. Deuxième, les un, Aladin. Deuxième, les un, Aladin. Vielen Dank. Vielen Dank.